Nachdenkseiten. Die kritische Website. Im Podcast von MDR aktuell bespricht die Energie- und Klimaökonomin Prof. Claudia Kempfert die aktuelle Lage. Konstruktiv, ehrlich, lebensnah. Im Podcast gibt die Energie- und Klimaökonomin Prof. Claudia Kempfert Orientierung. Sie bewertet politische Entscheidungen, ordnet wissenschaftliche Erkenntnisse ein und gibt Tipps für nachhaltiges Leben. Soweit die Selbstbeschreibung. Eine Wissenschaftlerin des SPD-nahen Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung e.V., kurz DIW Berlin, gibt Orientierung, ordnet Erkenntnisse ein und bewertet politische Entscheidungen? Letzteres mag man gerne glauben. Allerdings fragt man sich dann aber auch, was das mit Wissenschaft zu tun hat. Diese Frage zieht sich generell durch die Causa Kempfert. Früher hätte man Personen wie Kempfert wahrscheinlich als Wissenschaftlerin mit klarem Klassenstandpunkt bezeichnet. Das wundert nicht, denn das DIW hat so viel mit Wirtschaftsexpertise zu tun wie Annalena Baerbock mit Diplomatie oder Robert Habeck mit Wirtschaftspolitik. Dieses Institut wird von dem Ökonomen Marcel Fratscher geleitet. Den FAZ-Autor Rainer Hank nicht ohne Grund schon im Jahr 2017 Clark Coeur der SPD nannte. Insbesondere seine Aussagen zur wirtschaftlichen Einordnung der Migrationspolitik, wie z.B. das Zitat »Nach sieben Jahren bringt ein Flüchtling dem Staat Geld«, lassen Zweifel aufkommen, ob das Institut wissenschaftlich oder eher politisch angetrieben arbeitet. Der Leitspruch des DIW könnte also durchaus lauten »fratschern« statt forschen. Schaut man sich die Aussagen und Prognosen von Frau Kempfert an, so verwundert es den Beobachter schon, was genau der Grund für ihre auffällig überdurchschnittliche Medienpräsenz ist. Selbst der Spiegel hat ihr im Jahr 2022 eine Kolumne gewidmet, bei der ihre Irrtümer und Fehleinschätzungen trefflich aufgezeigt wurden. Zitat Sie ordnet ja ein und gibt Orientierung. Deshalb stimmt sie der Studie selbstverständlich nicht zu, sondern gibt zu Protokoll. Das Wettrüsten geht ja nicht von uns aus, sage ich jetzt mal, von uns westlichen Demokratien. Wir rüsten ja nur auf, um uns zu verteidigen. Die Werte, die Demokratie, den Frieden, den wir hier haben. Die Aggression geht von anderen aus, von Autokraten, von Despoten, von Despoten fossiler Mächte, muss man auch sagen, fossiler Energien. Atomenergien sind Kriegsenergien. Erneuerbare Energien sind da eher Friedensenergien. Und hier geht es darum, dass wir unseren Frieden verteidigen. Wir hatten jetzt gute Jahrzehnte des Friedens. Ich fürchte, die sind ja jetzt erstmal vorbei. Es kommen jetzt unruhige Zeiten wie im Kalten Krieg wieder. Also in der Summe sind wir im Moment an so einem Konfliktherd, in einer Schockwelle, würde ich sagen, wieder drin. Dass einerseits die Kräfte der Vergangenheit, die Kräfte der Atomenergien, die Kräfte der fossilen Energien, kämpfen gegen unsere Werte des Friedens und der Freiheit. Und darum geht es an der Stelle. Zitat Ende Frau Kempfert Insbesondere der letzte Satz lässt einen fassungslos zurück. Das sind also die wissenschaftlichen Einordnungen der Energieökonomen. Atom- und fossile Energien kämpfen gegen Frieden und Freiheit. Wäre der Moderator besser vorbereitet gewesen, so hätte er aus der Zusammenfassung der angeführten Studie zitieren und Frau Kempfert damit konfrontieren können. Dort steht, der Hauptnutznießer der NATO-Ziele ist die Rüstungsindustrie, die ihre Einnahmen, Gewinne und Aktienkurse in die Höhe schnellen lässt. Die Industrie betreibt Lobbyarbeit, um sicherzustellen, dass diese Gewinnströme dauerhaft werden, indem sie langfristige strukturelle Verpflichtungen für die Rüstungsproduktion fordert und durch die Einschränkung von Umweltverpflichtungen. Die Lobbyarbeit hat sich ausgezahlt, wie der EU-Akt von 2023 zeigt, zur Unterstützung der Munitionsproduktion ASAP, dem NATO-Aktionsplan zur Verteidigungsproduktion aus dem Jahr 2023 und die Unterstützung der beiden Regierungen für die Waffenproduktion. Sie wird auch die Waffenexporte in Länder außerhalb der NATO ankurbeln, da die Kriegswirtschaft nach dem Ende des Krieges in der Ukraine nach weiteren Absatzmärkten zu Ende ist. Letztendlich kann sich kein Sektor auf eine Ausnahme von radikalen Klimamaßnahmen für sich beanspruchen, auch nicht das Militär und die Rüstungsindustrie. Zitat Ende. Hätte nicht nur das gewaltige militärische Potenzial der NATO-Staaten, die 5.817.100 Soldaten umfasst, zur russischen Föderation mit nur 1.330.900 Soldaten gegenüberstellen können, sondern auch die Militärausgaben in Höhe von 1.175,2 Milliarden US-Dollar zu 86,4 Milliarden US-Dollar. Aber leider Fehlanzeige. Solche Zahlen schaden ja der korrekten Einordnung und könnten die Zuhörer vielleicht sogar noch verunsichern. Stattdessen weist er darauf hin, dass die Bundeswehr ab 2024 100 Prozent auf Ökostrom und die Luftwaffe auf nachhaltigen Flugtreibstoff setzen will, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Wer es genauer wissen will, sollte sich das gesamte Interview anschauen, sofern er es aushält. Es bleibt also Folgendes festzuhalten. Millionen Bürger werden tagtäglich agitiert, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, weniger Fleisch zu essen, weniger Auto zu fahren, weniger zu fliegen, ihre Gasheizung zugunsten einer Wärmepumpe zu entsorgen, ja sogar aus Klimaschutzgründen weniger Kinder zu kriegen. Aber beim Militär ist CO2-Reduktion freiheitsgefährdend. Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Solche Positionen sind keine Wissenschaft. Sie sind eine Botschaft der Herrschaft. Sie sind pure Heuchelei. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und Sie können uns auch bei uns abgeben, gerne unseren Einst in der Verbreitung zum nächsten Mal. Die sockungsange ist ein시mmiger. Sie können uns auch bei uns abgeben, oder wie bei uns abgeben. Sie können uns beenden, gerne unseren Kanal abonnieren und auf uns abgeben, Für diepiele42-Reduktion können uns abgeben, Vielen Dank.